Ich bin Annika und ich bin Laura und wir spielen die Gisela Geis, die Mutter der sieben Geislein. Also auf jeden Fall mit einem wilderen Typ. Wir stehen auf Bad Boys. Die BSC ist für mich eigentlich wie eine Familie. Ganz viel Spaß auf jeden Fall und richtig viel Ablenkung von dem Arbeitsalltag. Ich glaube, bei so vielen Kindern hat die überhaupt Zeit Musik zu hören. Nee, ich glaube auch nicht. Da gibt es immer nur Umgequäke. Genau, die Kindermusik. Kommt vorbei, weil es wird ein super Stück. Total spannend und wir brauchen eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020